Heyo Leute, es kam jetzt eine Woche lang kein Video. Das liegt daran, ich bin ein bisschen krank, also naja, ein bisschen, war ziemlich krank, kann man sagen. Man hört es jetzt vielleicht noch an meiner Stimme, aber wie denn auch jetzt sei, jetzt kommen wieder regelmäßig Videos, alle zwei Tage ein Video, ich nehme hier gerade den Kuhn auf. Die nächsten zwei Videos, die ich hochladen werde, da werde ich noch nicht krank sein, aber danach kommen ein paar Videos, da bin ich ein bisschen krank, weil das sind die Videos, die ich jetzt da heute alle aufnehme, außer dieses eine hier, das kommt vor, diese zwei Videos, wo ich gebunden bin. Es ist kompliziert, ich bin selber verwirrt, ich weiß nicht, mit welcher Nummer ich die ganzen Folgen dann nennen soll. Auf jeden Fall, was geht mit dem blauen ab? Wie sind die schon hier? Nein, da war ein Sniper. Naja. Ich hab die Glexa-Waffe, das ist die alle zwei. Äh, ja, das ist die zweite von, von, äh, weite halt. Auf jeden Fall. Und das geht ab. Aber der kommt da, er kommt da. Ja, ist klar, jetzt vorhandelt er sich in dieses Ding und, äh, was ist das für ein Schmarrn? Äh, Leute, ich bin so schlecht, weil das liegt daran, wenn ich krank bin. Das ist nicht der Grund, weil mir hier viel fehlt. Ich fehlt so ganz viel, wenn ich hier krank bin. Das ist, das ist der Grund, das ist nicht, weil ich, ja, egal. Und weil die Welt hab ich noch nicht gespielt, das ist eine der Neuen. Nicht, dein Ernst! Ich hab ihn zwar gekillt, aber er hat mich auch gekillt. Nicht, dein Ernst. Nein, und jetzt hab ich nicht, damit ich den Kinn, werd ihn dann getötet. Komm, komm, nein, 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 nein. Nein. Ken, Ken, du... Warum nur? Warte mal, jetzt schaut's eigentlich gut aus. Jetzt schaut's gut aus. Jetzt schaut's gut aus. Naja, alles einfärben hier. Was ist denn? Was ist denn? Warum? Ken! Ken, du kriegst von mir... Ich, 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 ich werde dich melden. Ich werde dich melden, verdammt nochmal. Ich kann's auch nicht zahlen. Aha, aha! Nein, warum? Oh, Leute. Das... Oh, schaffe. Alter, wir sind aber gerade urweit vorne. Oh mein Gott, so weit. Ich hab' nie gesprungen. Oh! Ich konnte kein einziges Mal meine Spezialattacke zeigen. Und was ist denn dort? Und sie sind auch nicht gut. Oh ja. Es ist, weil ich krank bin, Leute. Da kann man halt nichts machen. Oh mein Gott, wir wurden zerstört. Oh, doch nicht so ein großer Unterschied. Nicht so großer Unterschied, wie ich gedacht hätte. Naja, ich wechsle jetzt die Waffe, gehe zur nächsten Übung, dann gehe ich zur nächsten Waffe über, damit immer schön Abwechslung bleibt. Eigentlich wollte ich heute agar.io aufnehmen und euch dort sagen, dass ich halt krank war. Und deshalb kam eine Woche lang kein Video. Das wollte ich halt aufnehmen. Aber ich hab das halt mit der Capture Cut versucht. Weil ich hatte jetzt keinen Bock in der Programm zum Aufnehmen. Und die, wo nicht blöd oben steht, Bandycam. Und man nur 10 Minuten aufnehmen kann. Jetzt behauptet keiner. Äh. Und ja, da zieht grad wer auf mich. Oh Gott, das nervt mich. Ah. Auf jeden Fall, ich hab jetzt den Junior-Kleckser Plus. Und der hat eine... Keine Spezialattacke. So, die kann man sehen, wo die Leute sind. Die Bombe ist die Sepitok-Bombe. Die macht die Gegner langsamer und ihre Tinte lädt sich langsamer auf. Geht hier mal raus. Oh je. Ich kann so, als würde ich wieder verlieren. Ich hab die Map schon... Äh. Ich hab die Map schon... Nein, ich bin leider... Kann ich sprechen. Ich hab die Map schon echt lang nicht mitspielt. In... In diesen Modus. In... Damals kam. Ach. Und deswegen hängt mir viel zu gut aus. Wir müssen dort nach hinten. Nein! Oh, warum sind so viele Snalfe heute? Flex-Kontentrate. Das ist die schlechteste. Ja, aber... Ja, ich lass das den da machen. Vielleicht kann das eh besser. Ist da ein Blick voller. Weil... Das bietet sich dort gut an, weil das die Punkte gegen mich sind. Ich hab die Spezialwache. Wenn ich die einsetze, können meine Mitspieler auch die Gegner sehen. Warum? Nein, das ist jetzt nicht... Nein. Das ist jetzt nicht passiert. Das ist nicht passiert. Nein. Nein, Leute. Nein. 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 Das ist nicht passiert. Und da sind wieder die Möwen. Die Möwe hat mich abgelenkt. Sie ist schuld. Komm, komm, komm. Nein. Wo war... Wo war das denn jetzt schon wieder? Derselbe Typ. Immer der Klecks. Der, der, der... Immer diese Genösen. Das ist nur schlecht. Das ist einfach nur schlecht. Ich mach danach... Äh... Revierkampf. Also... Rangkampf. Warte, warte. Ich geh grad ab. Ich geh grad ab. Ja, wenigstens ein Kill. Ja. Nee, das hat nicht viel gebracht, was ich jetzt gemacht hab. Weil hinter mir hat man gleich wieder Lila gemacht. Wie man sieht. Na, wobei er hinter mir nicht, aber... Hat halt nicht gereicht, was ich gemacht hab. Schlecht. Einmal nur schlecht. Da, eins zu fünf. Einmal hab ich einen getötet. Jetzt sind mal wenigstens selber gestorben. Aber trotzdem war ich erster Platz in meiner Gruppe. Also ist meine Gruppe schuld, dass wir so schlecht waren. Liegt alles in meiner Gruppe. Nicht an mir. So, da sind wir jetzt auch schon bei den Rangkämpfen und auch eine neue Map. Das ist die aller, allerneueste. Und ich hab den Klecks-Roller, weil der kommt als nächstes an der Reihe. Und ob der so gut in Rangkämpfen ist, das weiß keiner. Und warum, warum fahr ich hier? Das bringt eh nicht so... Einfach ein bisschen spritzen, aber ihr seht, hier unerwitzig. Wobei... Wobei, ich geh ab. Ich hab ein Kehl und das darf mich freuen. Aber ich bin selber gerade gestorben. Ähm, was ich euch noch nicht gesagt hab. Ich hab... Ich hab eine... Warum springe ich nicht? Ähm... Ich hab einen Strike of Three Titel bekommen. Am allerersten. Und ich weiß nicht warum. Es ist das zweite Mario Party Video. Es heißt, sie besorbt uns alle. Ähm, ja, der Titel... Ich hab keine Worte. Der Strike sagt, ja, von der Minute bis zu der Minute... Ist... Habe ich halt eine Musik reingegeben. Was nicht stimmt. Von Musik Universal Studios, glaube ich. Ich versteh nicht warum. Ich versteh nicht warum. Auf jeden Fall, ich werde das Video gleich löschen danach. Und alle anderen Mario Party Videos... Also alle Mario Party 10 Videos von mir auch. Haben wir, oder? Ja, haben wir! Yes! Hahaha! Ich bin der Beste! Was macht das? Äh, jetzt hab ich den Faden verloren, was ich vorhin gesagt hab. Das war's traurig. Genau wie ich jetzt schon wieder gestorben bin. Das war's traurig. Und ich hab noch gar nicht die Spezialattacke eingesetzt. Ich will die Spezialattacke einsetzen. Okay, warte. Dann lade ich hier mal aus. Indem ich einfach Farbe mag. Da seht ihr hier rechts oben. Der Beiden wird aufgeladen. So! Jetzt hab ich meine geheime Pläne. Das ist super. Das ist jetzt gut. Das kann ich jetzt noch aufheben. Mach einfach erstmal auf den Typen! Ja! Ich hab ihn erwischt! Ich hab ihn erwischt! Na, geh da hoch! Boah! Schaff aber auch nur ich so zu failen. Oh, ich wollte ihn grad noch abschießen. Und dann haben wir schon gewonnen. Weil der Counter runterfiel. Yeah! Endlich ein Sieg! Also Standardkampf ist für mich nichts. Aber... Rahmenkampf. Wie nicht der Boss. Weil... Seht ja zweiter und 800 Punkte. Das... Das ist echt krass. Das ist... Ja, das ist halt... Stark. Oh, das ist ja richtig cool! Wir haben in der Folge alle vier verschiedenen möglichen Maps. dran. Die... Ja... Möglich sind. Und wenn man schon vorletzte Runde vom... Zielkonzentrator spricht, dann muss ich ihn wohl selber auch spielen. Weil der ist als nächstes an der Reihe. Mal sehen wie ich mich mit dem schlage. Ich bin mit Sniper und generell ziemlich schlecht. Vor allem, wenn das die schlechteste ist. Ja... Und ich so unfähig bin und in eine Bombe rein schwimme. Wie denn ist das nicht? Ist das kicke? Aber... In der Map könnte man campen. Und das werde ich doch nicht besser machen. Oha! Hat mir das doch, dass da... Eine Bombe ist. Ja komm, das nervt jetzt aber. Weil jetzt die ganzen Bombe sind. Ich will jemanden töten. Was? Da war ein Typ! Also ein Mädchen. Also ein... Ein Monster! Das mich gezögert hat. Ich bin halt einfach schlecht für mich. Ich hab grad mein Homebutton geblinkt. Heißt das ist grad nicht sehr online gegangen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, den Namen. Unmöglich, weil ich hab keine Freunde. Versteht ihr? Es ist unmöglich, dass jemand online geht. Aber wer weiß. Vielleicht hab ich mich auf mir gefolgt. Der hat gar nicht geblinkt. Ich bin halt einfach drin. Und was... Schwimm ich eigentlich hin? Hab ich irgendwelche Hobbits? Wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß nicht, wie ich hier schwimme. Ich war... Da raus... Sooo... Und hier kämp' ich jetzt. Hahahaha... 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 Ich bin der Türke. Ganz. Und die Türken hab ich gesagt. Du darfst. Nein. Du darfst. Nein. Du darfst. Yay! Wir haben gewonnen. Obwohl ich nichts gemacht hab. Aber das ist halt Sniper bei mir. Ich und Sniper... Bringt nix. Wenn euch der Part gefallen hat, obwohl ich krank bin noch ein bisschen, dann lass doch eine positive Bewertung da. Wenn nicht, dann nicht. Oder ein Kommentar. Das würde mich noch mehr freuen. Ansonsten würde ich sagen... Ciao!